Ein Buch sah mit Erinnerung. Du musst dich später nur aufschlagen und schon bist du wieder da, wo du es zum ersten Mal gelesen hast. Was ist denn so Besonderes an diesem Buch? Beißt es mir die Finger ab, wenn ich es lese, werde ich blind davon. Wo ist das Buch? Zuerst lass den Megi frei. Ah, meine Gäste sind angekommen. Kaprikorn! Du bist ein Meister deines Fachs. Was soll ich dir aus deinen Büchern herauslesen? Alles, was ich heute als Probe deines Könnens verlange, ist Gold. Der Autor, der Schreiberling, der Erfinder. Vielleicht hat der noch ein Exemplar. Ich habe euch erfunden. Ich habe euer Buch geschrieben. Tüntenherz! Was gibt es Schöneres als Buchstaben?